Wir haben letzten Sonntag, letzte Woche begonnen mit einer neuen Serie von Botschaften, die lautet, er, er, das ist Gott, das ist Jesus, er hat es versprochen. Und es geht, um was geht es? Es geht um die Verheißungen Gottes. Verheißung ist das biblische Wort, Versprechen ist ein Wort, was wir vielleicht ein bisschen besser verstehen. Denn Gott hat uns gewisse Dinge versprochen, er hat uns gewaltige Verheißungen gegeben, er hat uns unumstößliche Zusagen gemacht und das haben wir letzte Woche begonnen. Und die Botschaft letzte Woche war, er liebt mich ganz besonders oder ich bin der, den Jesus liebt. Und ich hoffe, dass jeder verstanden hat, es hat nichts mit Arroganz zu tun oder mit Stolz zu tun, sondern mit Wahrheit zu tun. Das ist nicht überheblich, sondern das ist wahr. Jesus liebt den Karl Michael ganz besonders. Und Jesus liebt dich ganz besonders. Er liebt den Mark ganz besonders. Und jeder, der das versteht und versteht, wer Gott ist, kommt zu dem Schluss, er liebt mich. Im 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Du hast sicher schon mal mitbekommen unter manchen Christen, wir müssen den Herrn mehr lieben. Das wird nie funktionieren, denn er hat uns zuerst geliebt und deshalb lieben wir ihn. Du kannst mit allem Krampf und mit allem Eifer und Einsatz versuchen, deine beste Liebe aufzuarbeiten oder hoch zu kochen. Es wird dir nicht gelingen. Aber in dem Moment, wo du verstehst, er liebt mich bedingungslos und seine Liebe ist endlos. In dem Moment, wo du verstehst, er liebt mich, verstehst du, dass du ihn lieben kannst von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all deinem Sein. Wer von euch hat schon gemerkt, vieles unter Christen, vieles in der Menschheit, sowieso, aber auch unter Christen, vieles haben wir verkehrt rum. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Augustinus hat gesagt, Gott liebt jeden Einzelnen von uns, so als gäbe es sonst niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast oder nochmal schauen oder hören solltest, dann bitte geh auf unsere Webseite, geh auf unseren YouTube-Kanal, geh auf Spotify oder wo wir sonst noch zu finden sind, da gibt es alle Botschaften gratis zum Nachschauen und zum Nachhören. Solange es Strom und Internet gibt, Gott hat es versprochen. Er hat es versprochen. Und darüber wollen wir reden jetzt, einige Wochen lang. Was hat Gott uns versprochen in seinem Wort und durch Jesus? Und heute ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr heikles Thema. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, nachdem ich diese Predigt heute und gestern und die letzten Tage, besser gesagt, vorbereitet habe, habe ich mich entschlossen, daraus demnächst eine Serie zu machen, weil ich heute dem gar nicht gerecht werden kann, was es da alles zum Sagen gibt. Und weil es so unendlich wichtig ist, die Menschen wollen von Gott hören. Stimmt es? Ich glaube, das trifft auf jeden Menschen zu. Drum verirren sie sich. Kennst du Menschen, die sich verirren? In der Esoterik, im New Age, in der Religion, in allen möglichen Dingen. Sie verirren sich, denn wenn du die Stimme Gottes nicht kennst, Stimmen sind überall, richtig? Und die falschen Stimmen sind allgegenwärtig. Und wenn wir nicht den Lärm, die Geräusche der Welt runterfahren, haben wir ein Problem, die Stimme Gottes zu hören. Man kann Gott hören, Amen. Man kann von ihm hören, man kann ihn erleben. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist ein Gott, der Beziehung möchte. Am Anfang war das Wort und er sprach. Er hat auch Adam und Eva geschaffen, den Menschen geschaffen, durch sein Wort und mit ihnen Beziehung gehabt, mit ihnen kommuniziert und Gemeinschaft gehabt. Und Gott möchte mit dir kommunizieren. Gebet ist keine Einbahn. Gebet ist Gegenverkehr. Ja, wir reden zu ihm, er spricht zu uns. Gebet ist nicht nur, ich rede die ganze Zeit. Und deswegen, wenn ich bete, habe ich die Bibel offen und ich versuche auch von Gott zu hören. Und er spricht immer. Gott spricht immer. Amen. Ich sage es dir. Das ist die Wahrheit. Und heute reden wir darüber, wie erkenne und höre ich Gottes Stimme. Wie gesagt, diese Botschaft ist so unendlich wichtig, dass ich mich entschlossen habe, daraus demnächst eine ganze Serie zu machen. Können wir Gottes Stimme hören? Spricht Gott heute zu uns Menschen? Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Wer fragt sich das nicht hin und wieder? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist dieser Job der richtige für mich? Ist dieses Studium das richtige für mich? Ist dieser Typ der richtige für mich? Ist sie die richtige für mich? Und das sind alles ernste Fragen, oder? Die wir haben. Und ich sage dir, Gott will mit dir über all diese Sachen reden. Warum? Weil er dich liebt, weil er ein guter Vater ist. Und weil er einen Plan für dein Leben hat. Ist das richtig? Das ist hundertprozentig so. Und was mache ich in dieser spezifischen Situation? Und dann gibt es natürlich die Frage, ich habe einen Eindruck, ich habe etwas gehört, ich habe etwas gespürt, ich habe etwas erlebt, ich denke, dann fragt man sich, war das jetzt wirklich Gott, oder waren das nur meine Gefühle? Waren das meine Gedanken? War das der Teufel vielleicht sogar? Wer weiß, er hat auch eine Stimme. Wer redet hier? Ja, die ganze Zeit rede ich mit mir selber. Ist es wirklich Gott? Ist es wirklich der Heilige Geist? Oder habe ich letzte Nacht einfach zu viel Almtudler erwischt? Keine Ahnung. Und dieser Almtudler redet heute Morgen zu mir. Keine Ahnung. Oder Pizza oder Kebab oder was immer du gerne isst. Vielleicht kommt das hoch und du hast Impressions und Eindrücke. Wer weiß, es ist gar nicht so leicht. Wer weiß, was ich meine. Es kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Aber ich möchte dieses Komplizierte. Und noch etwas. Das Komische. Sag einmal komisch. Das Komische möchte ich rausziehen. Denn von Gott zu hören ist nicht komisch. Obwohl man sagen muss, wenn du jemanden zu Hause bei dir hast oder jemanden kennst, der jeden Tag sagt, Gott hat zu mir gesprochen, der gehört in die Klapsmühle. Richtig? Ja. Weil ich, wie oft hast du mich gehört, Gott hat zu mir gesprochen? Kaum. Aber Gott redet die ganze Zeit mit mir. Aber ich brauche damit niemanden beeindrucken. Ich brauche damit niemanden manipulieren. Ich brauche niemanden was eingedrucken. Wenn Gott zu mir spricht, spricht er zu mir. Amen. Wer hat das schon erlebt, dass Leute manipuliert werden? Mit dem Wort, Gott hat zu mir gesprochen. Ganz gefährlich. Also. Aber Gott spricht tatsächlich. Und jeder möchte von Gott hören. Und können wir die Stimme Gottes hören? Und wäre es nicht gewaltig, wenn wir wirklich Gottes Führung im täglichen Leben haben? Sollte ich mit ihm Schluss machen? Sollte ich mit ihr Schluss machen? Ich bin angefressen gerade. Sollte ich die E-Mail abschicken? Besser nicht, wenn du angefressen bist. Richtig? Lieber cool werden zuerst. Sollte ich mich in meiner Gemeinde einbringen? Ich habe ein Wort für dich. Ja. Da brauchst du gar nicht drüber beten. Du solltest geben. Du solltest vergeben. Du solltest dich einbringen. Du solltest beitragen. Und so weiter. Aber wäre es nicht gewaltig, wenn wir klar und deutlich Gottes Stimme hören könnten? Und die gute Nachricht ist, und das möchte ich dir heute vermitteln. Ja, du kannst. Du kannst wirklich wissen, dass Gott spricht. Er hat es versprochen. Sagen wir das gemeinsam. Er hat es gesprochen. Er ist der gute Hirte und wir sind die Schafe und die Schafe hören die Stimme des Hirten. Ist das so? Hat Jesus das versprochen? Meine Schafe hören meine Stimme. Also ich ziehe mir das nicht aus den Haaren, sondern ich sage dir, was Jesus versprochen hat. Okay? Wir haben letzte Woche gesprochen über, du bist der, den Jesus liebt. Wir werden in den nächsten Wochen sprechen darüber, dass Gott immer, dass Jesus immer mit dir ist. Dass er seinen Frieden dir gibt. Dass er dich immer begleitet. Dass du alle Sorgen auf ihn werfen kannst. Er sorgt für dich. Er wird dich versorgen in der Zeit, egal wie es gerade läuft. Und er wird dir auch Ruhe geben im Leben. Und wir werden sehen, wo uns die Reise die nächsten Wochen noch hinführt. Wir müssen eines verstehen. Wenn wir über die Verheißungen, die Versprechen Gottes reden, müssen wir auch verstehen, was er nicht versprochen hat. Wie wichtig ist das? Um etwas zu verstehen, muss ich wissen, was nicht ist. Richtig? Hat uns Gott ein problemfreies Leben verheißen? Nein. Never. Wer weiß, dieses Leben ist hart. Dieses Leben ist schwer. Dieses Leben ist kompliziert. Gerade, wenn du verheiratet bist. Wer weiß, es ist nicht leicht. Nicht jeder hat so eine perfekte Ehe wie ich. Also, darum, ich sage nur, das Leben ist voller Probleme. Es ist voller Schmerzen. Liebe Freunde, dies ist nicht der Himmel. Und viele Christen erwarten sich, dass dieses Leben hier auf der Erde perfekt sein soll. Und dann passiert Folgendes. Sie können nicht glücklich sein. Denn wenn du mit falschen Erwartungen durchs Leben gehst, kannst du nicht glücklich sein. Amen. Falsche Erwartungen sind das Samenbeet für Depressionen, für Unglück. Aber wenn du weißt, das klingt jetzt sehr paradox, seit ich verstanden habe, das Leben ist hart, bin ich einer der glücklichsten Menschen auf Erden. Ich habe verstanden, wie das Leben ist. Ich kenne die Realität. Und daher lebe ich ganz besonders voller Freude. Der Philippabrief ist ein Brief, den Paulus vom Gefängnis geschrieben hat. Und dieser Philippabrief hat 104 Verse. Und in diesem Brief sagt er, er ist angekettet. Er hat es sehr, sehr schwierig. Noch dazu war er angekettet. Und draußen haben Leute schlecht über ihn gesprochen. Und er sagt, ich freue mich. In diesen 104 Versen kommt das Wort Freude oder Freuen 17 Mal vor. Jeder sechste Vers, Freude. Jeder sechste Vers, freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Und wir müssen verstehen, Freude ist nicht umstandsabhängig. In dem Moment, wo du deine Freude, wie gut es dir geht, abhängig machst von äußeren Umständen, hast du schon verloren. Du darfst das nicht erwarten. Aber du kannst den Sieg erwarten. Römer 8, Vers 37. Wir haben alle Zeit Nike. Was ist Nike? Nike ist das griechische Wort in der Bibel. Wer hat gewusst, dass Nike in der Bibel vorkommt? Nicht auf deinem T-Shirt oder auf deinen Sneakers. Nike ist das griechische Wort, das vorkommt im Römer 8, Vers 37. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind mehr als Sieger. Wir sind mehr als Nike. Also, ich glaube nicht, dass die Firma Nike das von dort hat, aber es ist ein anderes Thema. Gott hat uns kein schmerzfreies Leben versprochen. Kein problemfreies Leben. In Johannes 16, Vers 33, das waren die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sagte, bevor er gefangenen genommen wurde. Er hat gesagt, macht euch keine Sorgen. In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Man wird Druck auf euch ausüben. Aber seid getrost. Ich habe die Welt geneiget. Wirklich. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt. Nike. Ich habe sie geneiget. Ja, ich erfinde nichts. Das ist das griechische Wort, was in der Bibel verwendet wird für Sieg, für Überwinden. Und im 2. Timotheus 3, Vers 12, jeder, der Jesus Christus folgen will, wird Verfolgung erleiden. Auf Johannes 3, Vers 36 steht, dass wer an den Sohn Gottes glaubt, hat Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Lesen wir 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. Unterstreicht ihr bitte? Alles geschenkt, was wir gerne hätten, damit wir uns richtig ausleben können. Ah, falscher Vers. Entschuldigung. Ihr seid heute humorlos, gell? Ihr seid absolut humorlos. Was ist mit euch? Ja, aber wer von euch weiß, viele denken das. Mir geht es deswegen gut, weil alles super läuft. Nein, lies genau. Er hat dir nicht alles geschenkt, was du willst. Vor allem, wenn es für dich und deinen Egoismus ist, kannst du schon wissen, es ist nicht von Gott. Amen. Wenn du sagst, na Gott, willst du, dass ich mir diesen Hugo Boss Anzug kaufe um 800 Euro, damit ich richtig angeben kann? Ich habe die Antwort für dich. Nein. Weil Gott will nicht, dass du angibst. Richtig? Also, du kannst sehr schnell herausfinden, ob etwas von Gott ist oder nicht. Wenn die Motivation Eigennutz ist, ist es automatisch nichts von Gott. Wenn aber die Motivation andere Menschen sind und sein Reich, ist es fast immer von Gott. Also, lesen wir weiter. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen. Was ist das Größte und Wertvollste? Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das Größte, was er dir versprochen hat, ist, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Kannst du dich daran freuen oder muss zuerst etwas Bestimmtes passieren? Muss dieses Mädchen mit dir ausgehen, dieser Typ mit dir ausgehen oder muss diesen Gewinn machen, damit du dich freuen kannst? Oder reicht es, dass du zu Jesus gehörst? Das ist die Wahrheit. Amen. Und ich sage dir, Jesus ist alles und alles ist Jesus und ohne Jesus ist alles andere nichts. Und wir müssen verstehen, wir sind so reich beschenkt. Viele sehen es nur leider nicht. Und Paulus war im Gefängnis angekettet. Er wollte das Evangelium nach Rom bringen und er kam nach Rom, nur leider als Gefangener. Und er hat sich das ganz anders vorgestellt. Wir haben sich auch mal andere Sachen vorgestellt. Und dann kommt es anders, aber durch das Anders wird es noch besser wie vorher. Versteht ihr das? Er wurde angekettet und deshalb kam das Evangelium bis zum Kaiser. Weil er wurde alle sechs Stunden abgewechselt von einem kaiserlichen Soldaten, der ihn bewacht hat. Wenn der Paulus aufs Klo gehen musste, ging dieser kaiserliche Beamte mit. Das heißt, was hat der, glaubst du, von Paulus gehört? Sechs Stunden lang jeden Tag. Wenn das eben sechs Stunden Radl war. Sechs, vier, viermal sechs. Was hat der von Paulus gehört? Stell dir vor, du bist ein ungläubiger, Narzisst, Atheist und du bist angekettet an Apostel Paulus. Das holst du ja gar nicht aus. Ich meine, entweder du holst das nicht aus oder du kommst zum Glauben. Und tatsächlich sind Menschen zum Glauben gekommen. Nur Paulus wollte nach Rom, um das Evangelium im Theater zu predigen. Aber er kam nach Rom ins Gefängnis, um dort das Evangelium zu predigen. Und so kam es bis zum Kaiser. Versteht ihr, was ich sage? Merk dir eines. Nicht alles, was gut ist, ist gut. Und nicht alles, was schlecht ist, ist schlecht. Du weißt gar nicht, was gut ist und was gut ist und was schlecht ist und was schlecht ist. Oft kommst du ja später drauf, ma, das war gar nicht so schlecht, dass das passiert ist. Amen. So, ich habe mich schon ausgetobt. Auf jeden Fall. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, denn diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Wir sind dem Verderben entkommen. Hey, wir haben weitreichende Zusagen. Unglaublich wertvolle und weitreichende Zusagen. Und im 1. Petrus 1 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat. Daran sollten wir uns freuen. So, dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung, unterstreicht ihr bitte, lebendige Hoffnung. Und hier kommt es. Und Aussicht haben auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe. Unzerstörbar, unbefleckt, unverderbliches Erbe haben im Himmel aufbewahrt ist für euch. Wer von euch weiß, alles in dieser Welt wird schlecht, verdirbt, wird alt. Ja, geht zugrunde. Ich bin ja ein Bon Jovi-Fan und jetzt im Moment feiern sie 40 Jahre Bon Jovi. Also überall ist jetzt Interview und alles Mögliche. Und seine Mutter war ja ein Playboy-Bunny. Wisst ihr, was das ist? Ich zeige euch es nicht. Aber sie war ein Playboy-Bunny und die ist jetzt Ende 80. Und da dachte ich mir, ja, die hat auch schon. Schaut nicht schlecht aus für Ende 80. Aber es ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die Dinge verändern sich. Sie verderben. Sie werden schlecht. Sie werden alt, richtig? Aber unser Erbe ist unbefleckt, unzerstörbar und unverderblich. Und dieses Erbe haben wir im Himmel. Und das ist unsere Freude. Und deswegen als Christen wissen wir eines. In dieser Welt ist Gottes Ziel nicht, sagen wir nicht, unser Komfort, sondern unser Charakter. Einigen, die beten ständig für bessere Umstände. Ist okay, ich bete auch für bessere Umstände. Ich bete für meine Kinder. Ich bete für Gesundheit. Ich bete für einen richtigen Ehepartner, für meine noch nicht vergebenen Kinder. Aber eines ist ganz klar. Der Christ, der Mainstream-Christ ist viel zu fixiert auf das, wie es mir hier und jetzt geht. Und das interessiert Gott eigentlich gar nicht. Ein bisschen schon, weil er liebt dich. Aber was ihm viel, 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 viel wichtiger ist, ist dein Charakter. Und was aus dir wird. Auf den Punkt gebracht, Jesus hat ein Ziel auf dieser Welt mit dir und mir. Uns immer ähnlicher wie Jesus zu machen. Das ist das Ziel. Wenn du wissen willst, was hat Jesus mit mir vor, ich sag's dir. Ich weiß nicht, was du arbeiten solltest. Ich weiß nicht, wenn du heiraten solltest. Ich weiß nicht, wie viele Kinder du haben solltest. Aber ich weiß eines. Er will dich Jesus ähnlicher machen. Und wer hat auch noch ein bisschen einen Weg vor sich auf dieser Reise. Jeder von uns. Aber wir sind auf diesem Weg. Aber unser Erbe ist nicht hier. Unser Erbe ist in der unzerstörbaren, unbefleckten, unverderblichen Welt. Und das aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Und darin ist unser Glaube verankert. Mein Glaube ist nicht verankert, ob ich heute in Wien ein Wunder sehe. Mein Glaube ist verankert, weil vor 2000 Jahren jemand gesagt hat, ich werde sterben, begraben und auferstehen. Er hat's getan. Ich glaube ihm alles. Das ist mein Glaube. Ob ich noch Wunder sehe in dieser Welt oder nicht, ist mir sowas von egal. Ich habe alles geschenkt bekommen durch den, der alles für mich getan hat. Und der gesagt hat, es ist vollbracht. Halleluja. Das ist das gleiche wie Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Eine falsche Auslegung wäre, ich kriege alles. Die richtige Auslegung ist, ich habe eh alles, mir fehlt nichts. Das ist die richtige Auslegung. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Auch wenn ich auf der Welt alles verliere, ich habe trotzdem alles und darum fehlt mir nichts, weil ich weiß, ich bin in ihm geborgen. Nicht, ich kriege alles. Wer von euch weiß, man kriegt im Leben nicht alles. Und viele Dinge, die wir wollen, sind gar nicht in seinem Willen. Das ist eine andere Frage. Also ich werde heute so weit nicht fertig. Außerdem habe ich heute keine Uhr hängen. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Also irgendwo ist die Uhr schon wieder abgefahren wahrscheinlich. Aber es ist gut. Wir können ja nicht bis eins auch da bleiben. Ist kein Problem. Warte, ich schaue mal, wie spott das ist. Eui, eui, eui. Ich bin am Anfang meiner Einleitung. Aber unser Glaube ist verankert. Unser Glaube ist verankert in dieser Tatsache, Jesus starb, er ist ins Grab, er ist auferstanden, er lebt, er hat den Tod besiegt. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema heute. Wäre ich schon gespannt. Wie kann ich die Stimme Gottes erkennen? Du kannst die Stimme Jesus erkennen. Ich werde es heute wahrscheinlich nur antiesen können, weil es so wichtig ist. Aber ich werde daraus eine Serie machen. Es sei geduldig, bitte. Aber lass uns kurz beten, weil es ist so wichtig. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt. Sprich du zu uns und öffne uns die Augen für dein Wort und das, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Weil es kann, ich weiß, es kann kompliziert sein. Es kann komisch sein. Ich bin jetzt 40 Jahre in sogenannten freikirchlichen Kreisen unterwegs. Ich bin da quasi hineingeboren worden, sozusagen. Vorher waren wir katholisch. Und ich war 13 oder 14. Meine Eltern waren frisch im Glauben, ganz frisch im Glauben. In unserem Haus, wir haben ein großes Haus gehabt. Und da fand jede Woche oder zweimal in der Woche irgendein Hauskreis oder ein Treffen. Da war viel Begeisterung da. Viele wurden gläubig. Und in unserem Haus gingen die schrägsten Leute ein und aus. Wir kennen auch ein paar schräge Leute. Christen. Richtige, schräge Christen. Ein und aus. Aber viel Begeisterung. Wirklich viel Begeisterung. Gebetet wurde und die Hände wurden gehoben und geschrien ist worden und getanzt ist worden. Und alle redeten von Jesus und alle haben von Gott gehört. Gott hat ständig gesprochen. Der eine hatte ein Wort für den, der andere hatte ein Wort für sie. Jeder hatte ein Wort. Weißt du, was ich meine? Und eines Tages, ich erzähle euch kein Märchen. Eines Tages war es so, hat Gott, Gott, darfst du selber beurteilen, ob es Gott war, dann später. Aber hat Gott seinem jungen Mann gesprochen. Ich erfinde, kein Märchen jetzt, bitte nicht glauben, ich bin irgendwie bescheuert. Aber Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat mir die sechs richtigen Zahlen für sechs aus 45 gezeigt. Ich habe das gehört, bitte nicht weitersagen, weil wenn das dann jeder angreizt, dann ist er nichts mehr wert. Aber Gott hat zu diesem jungen Mann gesprochen. Gott hat mir die sechs Zahlen gezeigt für sechs aus 45. Dann, gut, super, wir waren alle begeistert. Ich war nicht persönlich dabei, aber ich habe es gehört, wahre Geschichte. Und das Wochenende kam. Lotto sechs aus 45 wurde gezogen. Vom Fernseher sind sie gesessen. Dreimalhaft sie raten, was gekommen ist. Nicht die sechs Zahlen, auf jeden Fall. Ich glaube, es war nicht einmal eine einzige dabei. Aber es ist ein anderes Thema. Gott hat sich getäuscht. Die Woche darauf war wieder ein Meeting. Und Gott hat wieder gesprochen zu diesem jungen Mann. Und diesmal hat Gott gesprochen, spiel nie wie der Lotto. Also, du sagst, übertreibst du? Nein, ich übertreibe wirklich nicht. Und einige von euch kennen das, oder? Die in solchen Kreisen waren, oder? Und ich mache mich nicht lustig. Aber es ist tragisch, mit der Stimme Gottes zu spielen. Noch tragischer ist, wenn Menschen die Gottkarte verwenden. Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen. Ich soll dich heiraten. Oder Gott hat zu mir gesprochen, du sollst mich heiraten. Und weißt du, wenn du sagst, das passt bei mir aber gar nicht. Sagst du, wenn Gott es mir auch sagt, dann lasse ich es wissen. Und es gibt die schrägsten Sachen. Die schrägsten Sachen. Und ich bin mit solchen Sachen aufgewachsen. Aber am laufenden Band. Und Gott wurde ständig verwendet. Und Gott wurde ständig verwendet, was Gott gesprochen hat. Und natürlich war es dann fast immer nicht so. Und war wahrscheinlich der Albtudler, was sie getrunken haben am Vorabend. Oder die Pizza. Aber ehrlich jetzt. Dieses Thema ist so ernst, oder? Ich sage dir, wenn du mich einmal hören sagst. Wenn du mich einmal hören sagst. Keine Ahnung. Probieren wir es noch einmal. Wenn du mich einmal sagen, hören, hörst. Ist das Deutsch? Okay, keine Ahnung. Gott hat zu mir gesprochen. Dann muss was ganz unglaublich Gewaltiges passiert sein. Weil ich würde nie im Leben Gott ins Spiel bringen, wenn ich mich nicht hunderttausend Prozent sicher bin. Amen. Und doch gibt es so viele, die schmeißen mit dem durch die Gegend. Und dann, wenn es nicht eintritt, naja, Gott hat sich heute getäuscht. Na, Gott meint ja das. Und weißt du, was ich dazu sage? Das ist falsch. Das ist Lüge. Und Gott ins Spiel zu bringen, ist Manipulation. Nennen wir es beim Namen. Und dann wird der Karl Michael beschuldigt. Er glaubt an das Ganze nicht. Und das ist genau die falsche Reaktion. Weil ich glaube mehr an, als du, denn du hängst an was Falschem fest. Aber ich glaube, dass Gott das wirklich tut. Nur lass uns damit ernsthaft umgehen. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich jetzt. Wie kann man erkennen, ob es wirklich Gott ist, der zu einem spricht? Oder ob man zu viel erwischt hat? Und Jesus gab uns eine Zusage. Er gab uns eine Verheißung. Er ist der gute Hirte. Wir sind die Schafe seiner Herde. Er hat es versprochen. Sagen wir es gemeinsam. Er hat es versprochen. Dass wir seine Stimme hören und erkennen können. Lesen wir die Passage. Johannes 10, Vers 2 bis 5. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und die Schafe hören seine Stimme. Wer sind die Schafe in dieser Geschichte? Wir. Bist du ein Schaf? Nein. Das ist eine Metapher. Sag mal Metapher. Du musst die Bibel richtig lesen. Du bist wie ein Schaf. Und übrigens Schafe sind dumm. Nur so nebenbei. Schafe sind schutzlos. Schafe sind alleingelassen. Ganz gefährlich unterwegs. Warum? Weil es Wölfe gibt. Jesus verwende bewusst das Wort Schaf. Weil Schafe so schutzlos, wehrlos und nicht besonders bright sind in der Birne. Ich rede nicht von dir. Nein, ich rede von dir. Und die Schafe hören seine Stimme. Die Schafe hören seine Stimme. Dann ruft er seine eigenen Schafe mit Namen. Was haben wir letzte Woche gelernt? Ich bin Karl Michael, der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin Georg, der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin Mark, der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin Juliane, die Jüngerin, die Jesus liebt. Er nennt dich beim Namen. Seine eigenen Schafe und führt sie hinaus. Wenn er sie alle draußen hat, geht er vor ihnen her. Warum folgen wir Jesus nach? Weil er vor uns hergeht. Die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Frage, kann man als Jesus Nachfolger seine Stimme kennen? Ja und noch einmal ja. Und wenn du viel Unfug oder viel Fake gehört hast oder Menschen, die manipulativ mit dem Gott hat zu mir gesprochen umgehen, tut es mir leid. Aber es ist wirklich traurig, was mit dem gemacht wurde, mit dieser kostbaren Realität. Wir können seine Stimme hören. Vers 5, einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Warum laufen so viele der Schafe den falschen Dingen hinterher? Egal, ob irgendwo eine Veranstaltung ist oder ob es auf YouTube ist oder irgendein neuer Guru oder ein neuer selbsterklärter Prophet oder Apostel. Warum passiert das? Das passiert nur dann, wenn du seine Stimme nicht kennst. Und man kann sie besser kennenlernen, denn wir sind Menschen und wir hauen auch daneben, richtig? Aber wenn wir daneben hauen, dann merken wir es bald und gehen wieder auf die richtige Straße. Ist das nicht gewaltig? Jesus verspricht, und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, hat er in dieser Passage versprochen, meine Schafe hören meine Stimme. Ja oder nein? Ist das eine hundertprozentige Verheißung? Hundertprozent. Nirgendwo in der Bibel steht, dass er jeden Menschen immer heilen wird. Diesen Vers gibt es nicht. Es gibt ein Vers, wenn jemand von euch Weisheit fehlt, so bitte Gott, die kriegst ganz sicher. Das funktioniert immer. Aber auf dieser Erde wirst du nicht immer den Job deiner Träume bekommen, den Körper, den du so gerne hättest, oder dass die Hohen hochwachsen, weil du glotzig bist. Deswegen gibt es ein unzerstörbares, unbeflecktes Erbe. Aber zwei Verheißungen haben wir schon. Erstens, er liebt mich ganz besonders. Und zweitens, ich bin sein Schaf. Ich folge ihm nach. Ich kenne seine Stimme. Lass uns Verheißungen im Kontext und in der Wahrheit behalten. Und dann sind wir die freudenvollsten Menschen auf dieser Erde. Denn falsche Verheißungen oder falsche Erwartungen führen zu viel Enttäuschung, viel Fragezeichen, viel Verwirrung. Und das brauchen wir im Reich Gottes nicht. Amen. Die Menschen sind schon genug verwirrt. Und darum, wir bringen hoffentlich heute Klarheit und Wahrheit und Einfachheit in dieses Thema. Wie geht es? Ich möchte es heute so klar und einfach machen wie möglich. Wie gesagt, ich komme nicht weit heute. Darum gibt es eine Serie dazu. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Außerdem hat es ein paar Leute in der Gemeinde gegeben. Oder gibt es unter uns, die möchten mehr über den Heiligen Geist erfahren. Das heißt, wir werden auch dieses Thema hineinbeziehen. Denn Gottes Geist wirkt in unserem Leben. Er führt uns. Übrigens, er ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, wenn es nicht wahr ist, kannst du es schon wegschmeißen. Übrigens, wenn es nicht wahr ist und Liebe ist, kannst du es wegschmeißen. Gott ist Liebe und er ist die Wahrheit. Richtig? Das heißt, wenn du was willst und das schadet jemand anderem, dann ist es nicht Gott. Wenn du was willst, ich will mich jetzt scheiden lassen. Ja, das willst du. Aber ist das Liebe für deine Frau, deine Kinder? Wenn es nicht Liebe ist und wenn es nicht Wahrheit ist, ist es automatisch nicht Gott. Amen? Hundertprozentig. Das sind schon zwei Filter. Sag mal Filter. Der Wahrheitsfilter und der Liebesfilter. Und wenn die beiden nicht, da gibt es noch andere Filter. Ich werde dann in der Serie über sieben oder acht verschiedene Filter reden. Wie man tatsächlich wissen kann, es ist Gott und nicht der Almdudler von letzter Nacht. Wie man wirklich wissen kann, es ist Gott. Es gibt sieben, acht, neun Filter, wo man testen kann. Sag mal testen. Ein Wort gehört getestet, richtig? Übrigens, der beste Test ist die Bibel selbst. Und Wahrheit und Liebe. Okay? Ganz wichtig. Gott spricht. Gott spricht zu mir jeden Tag. Gott sagt mir, ich bin überzeugt davon. Er führt mich in meiner Predigtvorbereitung. Es gibt es gar nicht anders. Ich habe mir jetzt die letzten Jahre kurz einmal angeschaut, was ich so gepredigt habe. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Aber wie war das eine auf das andere aufgebaut? Und weißt du, ich denke nie darüber nach. Ich weiß gar nicht. Ich habe manchmal in einer 30 Sekunden Erkenntnis, manchmal in einer 5 Sekunden Erkenntnis, weiß ich, was die nächste Serie ist. Oh, der Heilige Geist. Dann komme ich dann her am Sonntag. Liebe Leute, Gott hat zu mir gesprochen. Weißt du was? Das ist traurig. Weißt du, warum es traurig ist? Wenn Gott nicht zum Prediger spricht, aus und geschenkt ist. Also, das würde ich mal voraussetzen, nicht wahr? Und wenn man das nicht voraussetzen kann, dann hast du den falschen Beruf. Daher brauche ich niemanden sagen oder beeindrucken oder euch irgendwie, damit ihr noch größer von mir denkt. Gott hat zu mir gesprochen. Nein, 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 nein. Das tun wir nicht. Sag mal, das tun wir nicht. Wahrheit und Liebe sind die ersten beiden Filter. Also, wie hört man jetzt Gottes Stimme? Fangen wir mal an. Also, langsam. Und man muss das wirklich jetzt richtig alles filtern. Das erste ist, bitte Gott zu dir zu sprechen. Bitte Gott zu dir zu sprechen. Du hast eine Entscheidung zu treffen und du fragst ihn, was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Gott, willst du, dass ich diesen Typen heirate? Meine Tochter hat mich das nicht gefragt. Ich hätte nagt. Nein, jetzt sage ich ja, weil er super ist. Aber wer weiß, was du eine Tochter hast? Nein. 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 Keiner ist gut genug für dich. Nein. Kannst du eh nichts dagegen machen. Plötzlich ist fertig und dann bist du entweder fertig oder du lebst mit der Sache. Aber es ist die Wahrheit. Bei den Buben ist es anders. Ja, ja, mach, mach. Komm. Ja, ist eine hübsche. Fesch, fesch, super. Aber bei den Mädels ist es ein bisschen anders. Ich sage nur. Aber bitte Gott zu dir zu sprechen. Was ist dein Wille? Du hast eine Entscheidung zu treffen. Das ist eine gefährliche Frage. Und es ist deswegen eine gefährliche Frage. Jetzt sage ich dir, es wird dir nicht gefallen. Denn sein Wille und seine Wege, sagen wir noch wach, sein Wille und seine Wege sind oft ganz anders, als du dir vorgestellt hast. Sein Wille und seine Wege. Samuel war zwölf Jahre alt. Die Hanna, seine Mutter hat ihn zum Tempel gebracht, als er noch jung war, als sie ihn entwöhnt hatte. Und er wuchs im Tempel auf und er vollzog die Rituale und kannte Gott, aber noch nicht wirklich. Und dann hat er eine Stimme gehört. Samuel. Und er dachte, der Eli, der hohe Priester, ruft ihn. Er ging zum Eli ins Schlafzimmer. Ja, was brauchst du? Na, ich habe dich nicht gerufen. Dann geht er wieder in sein Schlafzimmer. Hört er wieder die Stimme. Samuel. Und er geht wieder zum Eli, zu dem korrupten hohen Priester, der nicht mehr von Gott gehört hat, weil er komplett in Ungehorsam lebte. Und Eli sagte, Samuel, ich habe dich nicht gerufen. Beim dritten Mal hat der Eli endlich geschickt, ah, es ist wahrscheinlich der Herr, der ihn ruft. Und sagt, hey, geh zurück in dein Schlafzimmer. Und dann Vers 8 steht, lesen wir es gemeinsam. Und wieder rief der Herr Samuel zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da begriff Eli, dass es der Herr war, der den Knaben rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Und wenn er dich ruft, soll sprich, rede Herr, dein Diener hört. Sagen wir das gemeinsam. Rede Herr, dein Diener hört. Oder die Damen, rede Herr, deine Dienerin hört. Sagen wir es gemeinsam. Rede Herr, deine Dienerin, dein Diener hört. Wenn du betest, bete mit offener Bibel. Und ich meine das nicht nur buchstäblich, auch bildlich. Wenn du betest, solltest du immer Gottes Wort vor Augen haben. Denn Gott spricht zu dir primär, sagen wir primär, durch sein geschriebenes Wort. Und dann geht es weiter. Und Samuel ging und legte sich schlafen an seinem Ort. Und der Herr kam, stand da und rief, wie schon zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Diener hört. Natürlich, das waren Zeiten, bevor er seine Bibel gab. Das weiß ich. Aber trotzdem, wir dürfen Gott bitten, dass er zu uns spricht. Wir dürfen ein Verlangen haben, dass er zu uns spricht. Und je vertrauter du mit einer Stimme bist, umso leichter kannst du seine Stimme erkennen. Es gibt keine Stimme, die ich besser kenne, als die meiner Frau. Ich weiß, wie sie riecht. Ich weiß so viel über sie. Ich kenne ihre Stimme. Ich bin total vertraut mit ihr. Warum bin ich vertraut mit ihr? Ich schlafe seit 33 Jahren neben ihr im Bett. Amen. Und je näher du Gott bist, je näher du Jesus bist, umso mehr wird dir vertraut, was er zu sagen hat. Ein Verlangen, seine Stimme zu erkennen. Er will das. Leute, er will das. Und wir brauchen das in der Zeit, in der Leben. Und es hat immer drei Komponenten. Weisheit, Wahrheit und Liebe. Wenn es nicht Liebe ist, vergiss es. Gott, bitte schenk mir einen neuen Bentley, damit ich richtig aufschneiden kann. Vergiss es. Kann ich auch hundertprozentig garantieren, wenn du ein Bentley leisten kannst und du ihn haben willst, kauf dir ihn. Aber Gott hat damit nichts zu tun. Er ist nicht dagegen. Ich meine, wenn du fleißig bist, erst machen, was du willst, denke ich einmal, oder? Also, es ist jetzt keine Sünde, ein teures Auto zu fahren, aber die Motivation, ich will damit beweisen, wie toll ich bin, ich will Geltung. Geltungsdrang ist nie der Wille Gottes. Eifersucht ist nie der Wille Gottes. Neid ist nie der Wille Gottes. Lust und Begierde ist nie der Wille Gottes. Herr, gib mir das, weil ich will es haben. Nein, nein, nein. Und interessant ist, die Antwort Gottes war an einen zwölfjährigen Jungen, dass er Israel richten wird, weil Eli und seine Söhne haben das Volk ausgebeutet. Stell dir mal, du bist zwölf Jahre alt und du hörst, was Gott über das Volk bringen wird. Es war nicht angenehm, es war nicht bequem. Gott hat nicht gesagt, Samuel, Samuel, du bist so ein toller Knabe und du hast mich so lieb und deshalb bekommst du die zwölfjährige, die du am Spielplatz kennengelernt hast, demnächst einmal zur Frau und ihr werdet zweieinhalb Kinder haben. Und, nein, nein, nein. Ich kann mich erinnern, da war eine Dame hier in der Vase, die hat gesagt, ich bete, was Gott will. Soll ich in irgendein armes Land in Afrika als Missionarin gehen oder nach Miami, Florida? hat sie gebetet und Gott hat ihr gesagt, Miami, Florida. Habe ich immer, dachte ich mir. Versteht ihr, was ich meine? Das ist meistens, bitte gut zuhören, meistens, meistens ist das, was Gott dir antwortet, unbequem. Und meistens ist das, was Gott dir antwortet, nicht, was dem Fleische gut tut. Amen. Und immer oder fast immer braucht es Glauben und Vertrauen. Das heißt, wenn es zu bequem ist und zu seicht ist und nur um mich geht, ist es fast garantiert, dass es nicht Gott ist. Sondern er will unseren Glauben herausfordern, richtig? Kein problemfreies Leben, kein schmerzfreies Leben, kein Miami, obwohl in Miami gibt es auch Leute, die Gott dienen, sondern sein Weg ist der richtige und der ist nicht immer bequem. Darum, Gott zu bitten, zu uns zu sprechen, kann gefährlich sein. Er will das. Aber mit Weisheit war die Bezweitens. Höre, was er sagt. Das ist sehr einfach und offensichtlich. Im Jeremia 33, 3, das ist die Telefonnummer Gottes, da steht, rufe mich an. Na, er ist einig gesagt, wirklich? Nein. Rufe mich an und ich antworte dir. Hat Gott alle Antworten auf alle Fragen? Hat Gott alle Antworten auf alle Fragen? Weiß er alles. Will er Dinge mit uns teilen? Will er, dass wir richtig abbiegen und nicht falsch? Will er, dass unser Leben seinen Plan erfüllt für unser Leben? Sein Wille, sein Plan. Ist es möglich, dass der anders ist wie unser eigener Plan? Aber es gibt auch Dinge, die sagt er uns nicht. 5. Mose 28, 29, Vers 28 sollte das heißen. Was noch verborgen ist, steht beim Herrn, unserem Gott. Was aber offenbart ist, gilt uns und unseren Kindern auf ewig. Sodass wir nach allen Worten dieser Weisung, nach dem Wort Gottes, handeln können. Das heißt, sein Wille ist in seinem Wort. Brauchst du Weisheit? Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der jeder Mann gerne gibt, auch jede Frau gerne gibt. Und ohne Vorwurf und sie wird ihm gegeben. Richtungsweisung, Führung. Bitte Gott. Er will mit dir kommunizieren. Er will, dass du ihm nachfolgst. Sein Wille, sein Plan. Er ist ein relationaler Gott, ein Beziehungsgott. Er ist Beziehungsweise. Er ist Gott und hat dich und mich geschaffen, um Gemeinschaft mit uns und miteinander zu haben. Gemeinschaft, koinania, das griechische Wort, ist Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Gott spricht ständig. Ich meine jetzt wirklich. Das ist jetzt kein Witz. Ich mache mich jetzt lustig über Gott hat gesprochen. Nein, Gott spricht ständig. Wer weiß das? Gott hört nie auf zu sprechen. Gott hat bereits gesprochen. Sein Wort ist endlos. Die Frage ist, hörst du ihn, seine Stimme? Jesaja 40, wer sagt, das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt. Das Wort unseres Gottes aber besteht für immer. Das bedeutet, es gibt keinen Zeitpunkt, wo Gott nicht spricht. Sein Wort ist aktiv. Sein Wort ist lebendig. Sein Wort ist kraftvoll. Und sein Wort ist vor allem die Bibel. Und wenn du heute keine Bibel hast, wenn du keine Bibel besitzt oder endlich mit dem Bibellesen beginnen möchtest, bitte geh zu unserem Medientisch. Wir schenken dir heute eine Bibel. Wir schenken sie dir. Für die, die zuschauen, wir schicken dir Postgebühr bezahlt und die Bibel gratis zu dir nach Hause. Wir wollen, dass du eine Bibel hast. Wir schenken dir eine. Bitte öffne die Bibel. Beginn im Johannesevangelium. Und lies. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht, das Menschen. Amen. Das Wort ist Fleisch geworden. Er spricht durch sein Wort. Wer ist das Wort? Jesus. Wer ist der gute Hirte? Jesus. Was ist das? Das ist das geschriebene Wort. Jetzt bitte anschnallen. Das Wort wird sich nie widersprechen. Gegenseitig. Der Vater wird nie dem Sohn widersprechen. Der Sohn wird nie dem Vater widersprechen. Der Heilige Geist wird nie Jesus widersprechen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, bla 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 bla. Und das ist komplett konträr zur Bibel. Dann sagst du dir, stopp, nein. Mein Pastor hat, nein Spaß. Mein Pastor hat gesagt, sag nein. Nein. Der Heilige Geist wird nur bestätigen. Sag einmal bestätigen. Was er bereits gesagt hat. Die Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweiständige Schwert. Ich muss ein bisschen weiter gehen. Jeden Tag nehmen wir das Wort Gottes auf. Jeden Tag studieren wir die Bibel. Kann Gott auch eine Predigt benutzen, um zu uns zu sprechen? Natürlich. Kann er eine Freundin, einen Freund benutzen, um zu uns zu sprechen? Ja. Aber es muss gefiltert sein. Ist es wahr? Ist es Liebe? Bestätigt es Gottes Wort? Oder ist es komplett ein anderer Gedanke? Ganz wichtig. Kann Gott durch Träume zu uns sprechen? Ja. Ist jeder Traum von Gott? Nein. Es gibt auch Albträume und Träume, die vom Teufel sind. Und es gibt Träume deswegen, weil du zu viel Albtudler getrunken hast. Verstehe ich? Man muss unterscheiden. Aber wie kann man unterscheiden? Diese Filter werden wir uns in der Serie anschauen, wo ich mehrere Wochen reden werde über wie spricht Gott zu uns und wie kann ich wissen, sag einmal wissen, ob es er ist, der Albtudler oder der Teufel. Richtig? Manchmal schließt er Türen, manchmal öffnet er Türen, so wie Paulus das auch erlebt hat. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10, da steht folgendes. Hilft das jemandem heute? Danach zogen sie durch das phrygische Land Galatien weiter, weil der Heilige Geist, unterstreicht der Heilige Geist, sie daran gehindert hat, er hat die Tür geschlossen, die Botschaft in die Asie zu tragen. Asie ist nicht Asien, sondern ist der westliche Teil der heutigen Türkei. Das war Asie. Eine Provinz, eine römische Provinz. Als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Doch das erlaubte ihnen der Geist wieder nicht. Der Geist, durch den Jesus sie führte, auch nicht. Wieder war eine Hinderung da. So zogen sie ohne Aufenthalt durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision, er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen könnte, also das heutige Griechenland. Aus der Vision hatten wir nämlich geschlossen, dass Gott uns rief, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Wir haben so etwas ähnliches erlebt. Ich lebte acht Jahre in Amerika, am Stück, wollte für immer in Amerika bleiben. Wer hätte sich gewünscht, dass es dabei geblieben wäre? Gut. Ich habe mit 19, 20, 21, 22, 23 fast jede Woche gesagt, das ist meine Heimat, ich bleibe da, man der Arnold das schafft, schaffe ich das auch. So habe ich geredet. Und dann flog ich Ende März, Anfang April 1995 alleine, ohne meiner Familie. Solomon und Gabriel waren bereits geboren, das war April 1995. Und ich habe meine Familie in Österreich besucht, ganz alleine, drei Wochen lang. Und habe dort mitgeholfen in einer Gemeinde in Oberösterreich und habe mich eingebracht. Und habe auch einmal gepredigt sogar, ganz schräg. Das letzte, was wir wollten, das letzte, war nach Österreich zu gehen, nach Österreich zu kommen. Und bei der Hochzeit 1991 musste ich meinen Schwiegereltern versprechen, die waren dagegen, also die waren mehr oder weniger dagegen, die waren nicht glücklich über mich, weil ich Austrian-Boy und vielleicht, die haben schon Böses geahnt. Die haben mit mir drei Jahre nicht gesprochen, dann, wie wir nach Österreich gezogen sind oder kaum, die haben mich nicht, das war wirklich schlimm. Und jetzt, lustige Geschichte. Ich sage zu Christi immer, schau, wie ich dich geheiratet habe, hast du mich geliebt und dein Vater mich gehasst. Jetzt ist es umgekehrt. Und der liebt mich so sehr. So ändern sich die Zeiten. Ich war rüben und ich flog zurück, nach den drei Wochen, bei der Landung, bei der Landung. Ich habe sowas vorher nicht erlebt und seitdem nicht erlebt. Noch nie erlebt vorher und in den letzten 30 Jahren nicht mehr erlebt. Das Flugzeug ist gelandet in Oklahoma und in mir war ein Beben. Das ist nicht mehr deine Heimat. Ich ging dann zurück auf meinen Job, ich war ein sehr guter Autoverkäufer. Ich habe Autos verkauft mit Leidenschaft, eine sehr gute christliche Firma, war ein super Unternehmen. Wir haben wirklich die Leute, wirklich gut, gut behandelt und also nicht das, was du kennst vom Autoverkauf vielleicht, wirklich super Firma. und bin gelandet, ging zur Arbeit. Ich habe nichts mehr verkauft. Ich habe probiert und ich wusste, wir werden verhungern, weil fixum kannst du abschminken in Amerika. Das ist alles reine Provision. Ich habe gut verdient. Sehr gut. Aber ich konnte nicht mehr verkaufen. Und es war sehr dunkel bei mir. Ich wusste, es ist vorbei. Ich wusste auch, ich habe meinen Schwiegereltern versprochen, wir bleiben in Amerika forever. Die Christi und ich haben nie über Österreich geredet, war nie ein Thema. Und dann kam der Tag, sage ich, Liebling, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Ich kann nicht mehr verkaufen. Und im Flugzeug bei der Landung habe ich die Stimme Gottes gehört. Wir sind, ich bin nicht mehr hier zu Hause. Und die Christi sagte zu mir, Gott hat mir genau das gleiche gesagt. Jetzt sind wir da. Ein paar Jahre. Das ist eine wahre Geschichte. Vorher nie erlebt, nachher nie erlebt. Weil das ist nicht, was Gott jeden Tag tut. Er führt uns mit der Stimme im Geist. Er führt uns mit dem Wort Gottes Prämie. Amen. Das gleiche haben wir dann wieder erlebt. Übrigens dann beim Abendessen, wo wir das den Schwiegereltern gesagt haben, ist die Schwiegermama aufgestanden, hat den Raum verlassen. Und ich habe sie dann lange nicht geredet oder gehört. Es war wirklich schlimm. Aber sie wurde dann auch, auch hat sie dann gesagt, ja, ich bin ihr Lieblingsschwiegersohn. Aber der andere war nicht besonders. Es kommt immer auf die Konkurrenz drauf an. Versteht ihr? Was gibt es zum Vergleichen? Es gab nur einen zweiten und der war nichts Besonderes. Aber er hat auch unsere Hochzeit so geführt, glaube ich. Also das war aber nicht so, dass er gesprochen hätte, aber wir uns zusammengebrochen. Aber das Erlebnis war unglaublich. Und Gott sprach zu meiner Frau das Unwahrscheinlichste gleichzeitig. Stell dir das vor. Und dann noch einmal Ende 96, 97 war große Turbulenzen in der Gemeinde in Oberösterreich, wo wir waren. Komplette Chaos. Spaltung. Alles mögliche. Und das Letzte, was ich wollte, 95 war nach Österreich zu kommen. Das Letzte, was ich 97 wollte, war nach Wien zu kommen. Und wir kamen nach Wien mit nichts. Ihr kennt die Geschichte, ich erspare das euch. Aber du musst lernen, die Stimme Gottes zu unterscheiden. In beiden Fällen haben wir nicht gesucht. In beiden Fällen, Österreich und dann Wien, haben wir nicht gesucht. In beiden Fällen war es äußerst unbequem. Von einem 400 Quadratmeter Haus in eine 96 Quadratmeter Wohnung. Von meinem, unserem Eigenheim. Also ich mit mir 22, damals mit 23, bereits zwei Kinder. Es war wirklich ein super Life. Und ich wollte der nächste Arnold werden, der in Amerika bleibt. Ich habe das nicht gesucht. In beiden Fällen war Glaube und Vertrauen notwendig. Amen. Wenn Gott zu dir spricht, dann wird es dich herausfordern. Sei großzügig. Vergib. Entschuldige dich. Mach dich nicht wichtig. Sieh. Wenn Gott, wenn du spürst, ich soll großzügig werden, ich solle vergeben, Nein. Satan wird dich nicht zum Vergeben versuchen. Verstehst du, was ich sage? Die Vergebungsansage kommt von Jesus. Und so werden wir lernen, dann einmal die nächsten Wochen und Monate die Stimme Gottes zu hören. Der dritte Punkt ist, tu ihr, was Gott sagt. Hey, ich wollte nicht nach Österreich, aber wir haben es getan. Tu ihr, was Gott sagt. Das braucht oft Glauben. Jakobus 1, sei Täter des Wortes, nicht nur höre, sonst bedrückt ihr euch selbst. Aber was wir heute nicht so deutlich gesagt haben, ist, es gibt Filter. Sag einmal Filter. Nicht jede Stimme, die du hörst, ist von Gott. Nicht jeder Mensch ist gut für dich. Nicht jeder Job ist gut für dich. Nicht alles ist gut für dich. Und darum ist der Filter, sagen wir es gemeinsam, Liebe, Wahrheit, Weisheit, Demut, nicht für mich, sondern für andere, ist immer ein Zeichen. Und vor allem, es muss das geschriebene Wort bestätigen und bekräftigen. Und in meinem Fall war es ganz klar, wie die Christi gesagt hat, Gott hat das Gleiche zu mir gesagt. Wenn du verstehen würdest, es war ein Weltwunder. Wir waren darauf ausgerichtet, beide für immer dort zu bleiben. Und Gott spricht zu uns fast gleichzeitig. Wir sind nicht mehr hier zu Hause. Und die Christi war noch nie weit weg von Amerika. Die war in Mexiko und auf Hawaii. Und wie sie dann, wie wir dann in München gelandet sind, die war komplett fertig. Die glaubt, das ist im vorherigen Film. Dann hat sie gelesen, Einfart, Ausfart. Wir haben eine Gaudi gehabt im Auto. Sie weniger, ich halte mit ihr. Grüß dich. Was? Wer sagt meinen Namen schon wieder? Grüß dich, grüß dich. Wir haben eine Hits gehabt mit ihr. Kein Wort Deutsch gesprochen, außer ich liebe dich. Das habe ich ja beigebracht. Aber wie es gehört hat, grüß dich in Oberösterreich, bist du gelämmt. Jetzt sind wir 29 Jahre da. Gott spricht heute noch. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die falsche Masche, die Manipulation, dieses Billige, wisst ihr, was ich meine? Das Echte zerstört. Der Geist Gottes ist so kostbar. Und so echt. Und wenn es echt ist, weißt du es. Und wenn es falsch ist, wirst du es auch wissen. Denn seine Schafe kennen ganz genau. Danke euch. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel. Geben wir Jesus einen Applaus. Er ist unser Hirte. Diese Botschaft von heute wird ausgedehnt werden. Wer möchte da ein bisschen eine Serie drüber? Ist das cool? Über den Geist Gottes und wie er spricht und so weiter. wie man sicher sein kann, man verhört sich nicht. Aber das nächste Mal machen wir diese Serie weiter und danach werden wir eine Serie machen zu Gottes Stimme hören und erkennen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen hier vor Ort und ich danke für jeden Menschen, der uns von zu Hause auch zuschaut und nicht nur zuschaut, sondern dabei ist in unserer Oase Church Family. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, ein gnädiger Gott bist. und ich weiß, wie wichtig, wie wichtig, wie unendlich wichtig diese Wahrheit ist. So viele gerade jetzt scheint mir sind verwirrt, hin- und hergerissen, wissen nicht, wie es weitergeht. Aber in Wahrheit brauchen sie nur ein Wort von dir. Ein Wort geradeaus, links, rechts, Weisheit. Denn egal, was wir durchmachen, es ist nicht das Ende der Welt. Im Gegenteil. Du nimmst alles und führst uns weiter. Dafür danken wir dir. Egal, wie schrecklich was passiert ist, egal, wie verwirrend alles gerade ist, egal, welche Entscheidung vor der Tür steht, du willst uns in deinem Plan und deinem Willen führen. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Du sprichst heute und wir wollen lernen, deine Stimme zu vernehmen. Wenn du hier bist oder online dabei bist, wenn du einfach heute Teil dieser Versammlung bist, egal wo, und du kannst mit der Stimme Gottes noch überhaupt nichts anfangen, dann ist es deswegen, weil du ihn wahrscheinlich gar nicht kennst. Oder sicher sogar. Und die Bibel sagt, Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg ins Reich Gottes. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Paulus sagte, mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen an ihn glauben, dass er auferstanden ist. Das ist ewiges Leben. So werden wir gerettet. Ich bekenne Jesus als Herrn und ich glaube in meinem Herzen, dass er auferstanden ist. Wenn du Jesus annehmen möchtest, bete mit mir dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin, im Namen Jesu. Ich bin nichts. Du bist alles. Ich bin ein Sünder. Du bist der Gerechte. Du bist vollkommen. Danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Für meine Sünden. Für meine Unvollkommenheit. Für meine Schuld. Und durch den Glauben an Jesus werde ich jetzt gerecht. Frei. Schuldfrei. Du machst mich gerecht. Und daher habe ich jetzt ein unbeflecktes, unzerstörbares, unendliches Erbe, das für mich bereit liegt. Und jetzt habe ich ewiges Leben. Amen. Amen. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts anderes. Vielleicht beten wir noch. Bernadette, kannst du schon kommen? Beten wir. Komm Bernadette. Bernadette habe ich viel gelernt. Sie liebt den Herrn. Sie folgt. Sie lebt das. Wenn Gott zu ihr spricht, tut sie es nicht herumposaunen. Weißt du, was sie macht? Sie tut. Sie hat mir gesagt vor ein paar Tagen, ich rede immer weniger und tue immer mehr. Danke Jesus. Wir bitten dich jetzt für alle Menschen hier, für uns alle, dass du uns hilfst, deine Stimme zu hören und zu tun, was du uns sagst. Um ein Segen zu sein in dieser Welt. Nicht wir, sondern du. Nicht mein Reich, sondern dein Reich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank.